hallo schönen guten morgen willkommen zurück auf meinen kanal und natürlich für euch auf euren crypto kanal nummer eins wir schauen hier gleich einmal rein auf tradingview was sich getan hat und wir sehen gleich bitcoin hat sich raufgekämpft und ist immer noch in der aufwärtsphase aber ganz 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 wichtig zum beispiel die 21er ma die grüne linie hier ist knapp über 40.000 40.658 aktuell im target chart das könnte der erste grund sein wo man anlaufen könnten wir schauen auch die bollinger bände an wir hängen zwar jetzt gerade am plus 1 passt fest das ist gerade bei 37.741 wenn ich richtig sehe in dem bereich ist das minus 1 band und dann kommt eh schon das mittelband wo die 20er ma drinnen ist also im 40.000er bereich dort könnt ihr durchaus hingehen wenn wir jetzt das band schaffen schauen wir in der woche kurz rein auch hier müssen wir die bollinger bände einschalten wir sehen hier sind wir drüber kommen das nächste ist das minus 1 band und das ist oben dann nachher bei 42.700 also in dem bereich könnte man auch hinkommen wenn man die 40.000 einmal überwinden aber das wichtigste ist einmal die 40.000 was man die schaffen und dann auch nachhaltig drüber kommen schauen wir jetzt in dem weiteren chartverlauf hin und man die maßen da so aus wir sehen hier sind wir über die quadratenbegrenzung drüber kommen über den fächer sind wir drüber kommen und jetzt haben wir hier auch laut fächer bereich bis 39 800 in dem bereich frei das heißt da würden auch wieder auf die 40.000 hinkommen da ist auch der letzte tot von hier gewesen das heißt wir könnten durchaus von unten antesten und dann wieder runter laufen dominanz weiterhin steigen wir sind bei 42,55 prozent wir haben sich hier festgesetzt und bauen weiter den vorsprung auf wie gesagt hier ist der weg bis 48 bis 50 jetzt frei und rechne ich auch damit total muggle cap da stehen wir quasi weil er jetzt da geld umgeschichtet wird in bitcoin und kaum neues gerade rein kommt die erste anlaufzone wäre mal hier die 1,75 das wäre der tot vom september und danach könnte es weiterlaufen bis zu den 1,84 tot in dem bereich so wir schauen mal hier aus bei eth hier sehen wir schon ganz anders wie bei bitcoin gibt es keine folgekerten drauf er steht hier förmlich das spricht natürlich für die bitcoin dominanz die was ansteigt wir liegen hier noch auf dem fächer auf das wäre blöd wenn man den brechen weil das ist der 45 grad fächer das ist ein sehr wichtiger wie der gebrochener kann es oft sehr sehr schnell noch weiter runter gehen ist sehr negativ zu sehen und das wichtigste was man hier aber auch noch sagen muss ist dass dann der bereich zu dem fächer quasi dann aktiviert wird und die box wird dann eigentlich wir sind hoch wollte im bereich also dann kann es hier bis zu dem bereich dann herunter gehen wenn man sich das anschauen das ist dann 1865 das wäre dann nachher auch glaube ich ein bogen worauf reinen würde und der auf dem fächer laufen könnte das wäre umgerechnet das 7 februar wo hier der bereich hier quasi danach wäre wenn er hier natürlich durchbricht wie auch fast das alte allzeithoch von 2017 was man damals gemacht haben 2018 jänner muss man eigentlich sagen ok katana auch hier sehen wir nur rote folgekerten rennt jetzt da wieder auf die auf den einen dollar runter ok gott einmal bei uns kommen erhält sich auch gerade nur fest obwohl der neues projekt bei bei 1 landspul aktiviert worden ist wo man wieder meinen kann was wieder die leute animiert bmb zum halten und nicht zum verkaufen die fie hat sich geschafft da weg zum hauen von der quadratenbegräzungen kek bleibt hängen solana bleibt momentan auch neutral hängen polka dort kommt bissel besser davon gibt es grüne kerzen genauso wie wie jain sogar xp hat jetzt grüne kerzen momentan nicht deutsch kein jahr wenn wir da gestern ein coolen tweet von edamask mit mcdonald's auf twitter gesehen haben da geschrieben gehabt wenn mcdonald's deutsch kann als zahlungsmittel akzeptiert dann wird elon musk live im dv ein happy meal essen darauf ist natürlich gleich der kurs gebunden gehabt in der spitze rund 20 prozent was er wieder innerhalb von wenigen minuten dann gepumpt ist immer was kalt wissen wir so weiter luna schwach uni schwach ja hat gestern schöne kerze gemacht link schwach lightcon auch schwach algo schwach pth schwach schieber schwach mathic die kommen gut weg falcon schwach xlm schwach icp schwach atom ja eigentlich recht gut darauf jetzt korrigiert wieder runter ist die frage wie weiter fällt in den bereich und 32 bucht sich so in den bereich sollte erhalten schwach 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 ja alles der ist gut auch groß kommt gut weg und er ist vorher schwach ist also allgemein grüne vorzeichen heute aber wir wissen genau ganz wichtig fett sitzung ist heute der zinsentscheid wird heute bekannt gegeben ganz genau also um 20 uhr glaube ich unserer zeit ist unbedingt abends aufpassen es kann jetzt wieder sein dass rauf geht und dann abends mit den ordentlich verkauft wenn es jetzt heißt märz kommt jetzt der zinsentscheiden wir machen dann noch da im september einen und im dezember noch einen so halt grob irgendwie jetzt gesagt dann werden die märkte denke ich einmal ordentlich putzen auch wenn es eigentlich eingepreist werden muss weil es wieder seit monaten und wochen darüber geredet und diskutierten dann das steht eigentlich schon fest da aber es gibt dann immer noch die kleine hoffnung wo die sagen vielleicht die fett ein bisschen zurückrudern was jetzt sehen dass die märkte es nicht so positiv aufgenommen haben ich denke nicht diese erhöhung die muss kommen und die märkte werden das jetzt wieder mal abverkaufen schätze ich die suchen quasi irgendeine info die was kriegen können irgendeine news die was zum abverkaufen bewegen so schaut das momentan aus so ist der trend auch momentan wir sind zwar jetzt bei einigen bei starken unterstützungen angekommen aber es braucht nur wirklich so eine so eine news wie mit der fett jetzt halt kommen und es reicht dann das durch kristen wird der markt und runter geht weiter also ich rechne schon mit einem anlauf der 30.000 mindestens also 30.000 die ich schon noch kommen die frage ist halt wenn wir zuerst noch die 38 40 an testen und dann runter ist alles möglich nur wie gesagt der zinsentscheid wollte um 20 der fett ist ganz 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 wichtig und da müssen wir auch schauen was die ezb eigentlich macht weil die können nicht immer weiter so tun wie ob nichts wäre und tun teledubbies auf dem spielbord spielen händchen halten schaukeln sagen es ist nichts los und rundherum brennt schon alles also der ezb ist halt lustig ok passt gut ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß mit dem video ich hoffe euch hat gefallen daumen drauf abonnieren glocke aktivieren damit keine videos mehr verpasst und kommentare unten reinhauen damit ich lesen kann über feedback was man besser machen kann ob sie irgendwelche wünsche habt oder sonstiges und bis dahin sehen wir uns beim nächsten video tschüss für teich servus und ciao